Ich habe einen Friseursalon neulich gesehen, den gibt es wirklich in der Nähe von Hamm. Dieser Friseursalon, wie gesagt, es gibt ihn wirklich. Der heißt Haare, aber auf Englisch, also Hair. Und danach heißt er auf Deutsch Vorragend. Der heißt Herrvorragend. Warum? Glauben die wirklich, dass irgendeiner zu seinem Kumpel geht und zu dem sagt, na, wie sehe ich aus? Hervorragend, oder? Ja, was glaubst du, wo ich war? Und wo warst du? Also so wie du aussiehst, warst du bei Herr Jemini?